Was habt ihr denn vor? Ja, hilf! Lass dich meine Lette kaputt, Jute! Wie geht's mir? Was habt ihr denn vor? Mann, den Stein hier vorne hin! Hier! Hier hinpacken und dann von hier da rüber, weißt du? Was habt ihr vor? Was habt ihr denn vor? Wow, wow, wow! Habt ihr das gesehen? Ja! Die Kameraden sind auch nicht so oft gehalten. Ich bin komplett drüber und runter und die Kameraden nur den Winkel! Ich bin komplett drüber! Komplett drüber und runter! Man muss doch sagen, was du vor hast! Motherfucking Scheiße! Scheiße, Mann! Dann kriegst du doch mal hin! Scheiße! Scheiße! Weißt du? Ja, Arzt rein, ne? Warum? Mann! 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 Vielen Dank.